Hallo, in diesem Video sehen wir uns die beiden Verben helfen und unterstützen an. Diese beiden Verben haben eine ganz ähnliche Bedeutung, aber die Grammatik ist etwas anders. Zuerst die beiden Sätze. Ich helfe ... und ich unterstütze ... Jetzt die Lösungsmöglichkeiten. a. Du, b. Dich, c. Dir und d. Zu Dich. Zuerst streichen wir Du. Du ist Nominativ, ist ein Personalpronomen und Subjekt. In den beiden Sätzen ist das Subjekt aber jeweils Ich, also passt Du überhaupt nicht. Dann streichen wir D zu Dich. Zu Dich ist komplett unmöglich. Zu ist eine Präposition, die mit Dativ steht. Dich ist aber ein Objektpronomen im Akkusativ. Also ist D zu Dich auch komplett unmöglich. Im ersten Satz wählen wir jetzt Dir. Ich helfe Dir. Helfen steht immer mit Dativ. Dir ist ein Dativpronomen. Für den zweiten Satz wählen wir Dich. Ich unterstütze Dich. Unterstützen steht mit Akkusativ. Und noch einmal die Zusammenfassung. Ich helfe Dir. Ich unterstütze Dich. Und jetzt ganz im Sinn des Videos. Ich hoffe, dass Euch das Video geholfen hat. Wenn ja, dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis bald und Tschüss. Und jetzt eine kleine Wiederholung. Bis bald und Tschüss. Bis bald und Tschüss. Bis bald. Vielen Dank.